Musik Hey Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK Playstation 4 Heute habe ich mir mal vorgenommen, ich will heute mal Pinguine fangen und zähmen, dass wir sie uns in naher Zukunft mal züchten können Ich habe keinen Bock jedes mal rüber zu flattern und mir die Biester zu holen Ich habe mir schon jetzt im Vorfeld so ein kleines Gehege gebaut Ich will mal gucken, ob das funktioniert Ich werde mir jetzt die Hulen da drinnen absetzen, dann zähmen Und dann will ich die in so einem kleinen Häuslein drinnen lassen und die sich paaren lassen Ich glaube, ich muss die Klimaanlage noch erlernen oder ich kann es neben einem Feuer machen Dass zumindest die optimale Temperatur gegeben ist Und der Raptor übrigens, der letzte Folge irgendwie weggeglitscht ist, den habe ich wieder gefunden Der hat sich nach einer Weile wieder rausgeglitscht und irgendwas wollte ich euch noch sagen Achso, sorry, dass gestern keine Folge kam Ähm, wir hatten ein kleines bisschen, also ich hatte ein kleines bisschen was zu tun und da habe ich es nicht geschafft aufzunehmen Hoffentlich nimmt mir das nicht allzu übel Ähm, gucken wir erstmal ganz kurz Ja, ich weiß, mir ist kalt Ich brauche jetzt einen Pinguin Die sind doch nur Wölfe Fliegen sie schnell durch die Gegend, weil sie sich mit den Mammuts dreschen Ihr habt jetzt auch öfter geschrieben, ja, geh doch mal in eine Höhle Ich werde bald in eine Höhle gehen, aber Erst will ich Meine Pinguin-Farm haben Und dann gucken wir mal, ich weiß noch gar nicht, wo ich hier am besten Per T-Rex geht Erstmal planschen Ich brauche einen Pinguin Komm, die waren sonst auch immer hier Aber jetzt sind jetzt nur noch Wölfe da Ich habe keine Ahnung, warum das so krass geworden ist mit den Viechern Also ab und zu habe ich mal Pinguine hier gesehen Ich muss jetzt auch echt mal Auf meine Lebensenergie hinzu achten Durch, dass ich hier wieder abnippel Das haben wir ja schon öfter jetzt gehabt Mal kurz mal ein bisschen Ausdauer auftanken Du hast nur noch Wölfe hier Das ist, keine Ahnung, warum das so ist Ich meine, gut, kann es sein, dass hier so eine Extrem geile Genau Wolf-Location ist Zum Beispiel, unten der T-Rex hängt erstmal fest Ich habe ja nur einmal In einem Video Hatte ich mehrere Pinguine gehabt, die ich da getötet habe Wegen dem Polymer Ich habe doch geschrieben Wegen dem Oregano-Polymer Wollte ich es genau sagen Wegen dem Organischen Polymer Dass ich das am besten Mit dem Knippel rausarbeiten sollte Er schreibt nicht wieder Ich gehe doch normales Polymer Geht nicht So Ähm, da unten legen sich die Wölfe mit wieder was anderem an Ey, ich glaube, die sind echt ausgerottet oder so Scheiße Ist echt übel, dass du hier nirgends mehr so ein Vieh findest Guck mal hier beim Wasser ein bisschen Was bist du da hinten Nee, du bist kein Pinguin Die sind alles nur so eine Flatter-Männer Was machst denn du? Hallo, 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 hallo Ich bin jetzt zu nah ins Wasser gekommen Da ist ein Pinguin Mann, bleib doch mal drauf Er will mich immer wieder vorne runter schubsen Ich hab einen Gut Wir haben einen Alter, was ist das so laut hier Äh, ich muss jetzt aufpassen wegen der Ausdauer Und jetzt fällt mir der Pinguin runter Ich brauche eigentlich in der Theorie bloß einen männlichen und einen weiblichen Denn haben wir es auch so gut wie geschafft Und daraus will ich denn meine Polymerzucht irgendwann mal machen Wenn man das so nennen kann Okay Ich musste erst mal tausend Stück hier paaren Damit das funktioniert Aber dann brauche ich einfach bloß mit dem Kniff hier reingehen Und immer drauf kloppen So, ich fliege mal jetzt nicht außenrum Ich fliege mal oben drüber Das müsste eigentlich ein bisschen kürzer sein Mittagszeit Übrigens, danke für nochmal für den Tipp Ähm Wenn dieses Geräusch, was ihr gerade hört, ertönt Ich bin heute ein bisschen leise So, sorry Ihr habt mich jetzt bestimmt Ewigkeiten gar nicht gehört Ich meine, gut, es sind 5 Minuten Ähm Kriegen wir das erstmal runter? Na, ich hab erstmal mein Holzgehege gebaut So, erstmal gucken, wo das ist jetzt Ich kämpfe mich Durchstickicht Hallo? Oh Gott, wo bin ich denn? Da hinten, oh Gott Achso, die Spinos Den einen Spino Level 11 Den hab ich hinten rausgekriegt Der da festgesteckt hatte Und ja, ich werde es bald probieren Äh Meine Tiere mal zu bemalen Hat noch nicht gemacht Können wir mal machen Den Pinsel hab ich, glaub ich, schon freigeschaltet Gab gleich recht zum Anfang mit Ich hab's aber nie genutzt Warum? Fragt mich bitte nicht So, mal schauen, ob das klappt Jetzt, wenn ich ihn hier jetzt reinsetze Geh rüber da Oh, jetzt hängt der in der Luft Und Lande doch So Aua Hey, wo ist er jetzt? Och, nö Jetzt hab ich den extra so Ich weiß gar nicht Frisst der Fisch oder was frisst denn der? Ich mach auch Fleisch rein Den müsst ihr dann irgendwie Erstmal hinten rauskriegen Genau Du bekommst erstmal keinen Namen Aber folg mir mal bitte Guck mal raus Genau Oh, wie süß ist er, ne? Guck mal Schaffst du's hier oben rein? Pinguin? Ich hab nicht gesagt, dass er intelligent ist Ich hab gesagt Dass wir ihn brauchen könnten Ich hab ihn reingesetzt bekommen Ich muss mal gucken, dass die Tür zu bleibt Alter, das ist ja ein Krampf Ähm Ich hol mal jetzt Ich versuch jetzt mal einen männlichen Pinguin irgendwo ranzubekommen Und dann gucken wir mal Wie das abläuft Bis gleich Äh Jetzt finde ich hier nischt mehr Alles ausgerottet hier Nur die komischen Geier überall Ein paar Mammuts Da ist ein Pinguin Was machen die denn hier hinten? Mach kurz Mal schauen Ein männlicher Den füttern wir mal ganz kurz an Dann haben wir den zumindest gleich gezähmt Und Ja, tut mir leid Ich um den kleinen Pinguin jetzt Wisst ihr, ich wollte jetzt eigentlich ne Keule vom Kopf braten Aber irgendwie hab ich keine mehr Oder? Oder? Ihr könntet mich jetzt glaube ich Ach, das waren die Mammuts Alter Da geht aber erstmal der Stift, wenn du das hörst, ne? Und ich bleib erstmal unten So Freunde Ihr habt mir ja geschrieben Wenn ihr so einen Pinguin habt, ne? Soll ich mit der Keule draufdreschen? Das gibt mir mehr organisches Polymer Wart da um Wart mal Ja, ja Renn nicht so weit weg Na gut Erstmal sollte ich ihn vielleicht töten, ne? Ja, ja Jetzt nicht Wart mal Huch, daneben Ähm Jetzt mit der Keule Ah Stimmt Und Alter Wie viel Filet bekommt man denn aus dem Biest raus? Hast du das gesehen? Ha Wenn wir davon wirklich ne Zucht machen Dann haben wir einen Haufen Filets Geil Ähm Ja Komm, dreh einmal bitte So Jetzt haben wir den kleinen Pinguin Und auf geht's So Freunde Gleich zu Hause angekommen Ich muss das gleich mir nur probieren Hä, was ist das für ein Ring? Alter Hä? Oh Zwei Blueprints Wunderbar Äh Da ist der Pinguin Die müssen wir jetzt auch mal bei dem anderen absetzen Ich muss mal ganz kurz auf Alle anhalten Sonst versucht er dann mal wieder raus zu flutschen Komm mal her Dann schauen wir mal Wie wir das mit den Eiern und so machen werden Ich hab da noch keinen Plan Ich hab das noch nie gemacht Ich weiß auf jeden Fall nur, dass wir eine bestimmte Temperatur erreichen müssen Hat er den wieder da oben abgesetzt? Das ist der Falsche Oh Gott Geht das wieder los? Musik Musik Ah, endlich Ich konnte nicht die beiden da drinnen absetzen. Mann, das war ja ein Krampf hier. Ich darf da bloß nicht zu nah rüberfliegen, sonst droppen sie immer wieder raus. So, ich musste die ganzen Bieste da drüber schleppen. Sonst hätte das hier nicht funktioniert so. Erstmal alle anhalten. Und ihr beiden Idioten seid jetzt erstmal hier drinnen eingesperrt. Machen wir mal ganz kurz die Tür öffnen. Ich muss hier aber auch noch reinkommen irgendwie. Tür schließen. Du kommst mal ganz kurz her. Hallo? Ja? Oh, ekelhaft. Du könntest jetzt eigentlich... Ich mach mal ganz kurz hier bei dir ein Level-Up. Fischer da drinnen. Oh, wegen Nahrung muss ich das später auch noch gucken. Ja, was machen wir denn mit dir? Die brauchen wir eigentlich nur auf Gewicht machen. Und jetzt können wir dich grafizieren, Emojis. Scott. Aktiv wandern. Ich glaube, das war's, ne? Aktiv wandern. So. Ich glaube zumindest, das war's. Was haben wir denn noch hier? Ähm. Achso. Aktiviert aufsammeln von Opfergaben. Change. Jetzt steht hier doch schon... Ah, jetzt, 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 jetzt. Jetzt sind oben Herzchen. Guck. Herzchen über den Herzchen. Paaren sich gerade. Du warst das Weibchen, ne? Ich müsste jetzt mal gucken, ähm, wegen der Temperatur von dem Ei. Ich glaube, alle zwei Stunden können die sich einmal paaren. Ah, jetzt, 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 jetzt. Paarungsfortschritt. Mal gucken, ob wir da noch so ein Pigouin rausbringen können. Weil dann haben wir irgendwann ganz viel Polymer. Weil wir die... Und natürlich auch, ähm, können wir dann immer... Haben wir zumindest immer ein Vorrat an, äh, Filet. Ja, Glück, bewegen die sich nicht viel. Was denn, du? Ja. Könnt ihr das nicht ein bisschen schneller machen? Weil ich muss... Ich hol mir am besten so zehn Pinguine. Am besten ein Männchen, zehn Weibchen und dann müsste das gehen. Das ist dann hier der Hengst. Der Hengst oder den Pinguinen. So. Paarungsfortschritt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Ei machen. Ich meine, ja, Temperaturen und so, weiß ich nicht, wie es sein muss. Ich könnte hier Klimaanlagen, ja, in die Räume überall einbauen. Und ein Dach oben drüber, dann würde es zumindest, ja, eine Klimazone an sich. Würde dann recht gut funktionieren, aber mal schauen. Mal schauen. Das Problem ist, dass ich jeden Pinguinen, wenn die außerhalb sind, hier oben erstmal reinsetzen muss. Das könnte übel werden. So. Bei der würde ich... Pass mal auf. Wann ich, ob ich das jetzt hinkriege? Ähm... Strukturen... Holz... Noch mal ganz kurz... Noch so eine Trennwand? Weil... Ist das jetzt eigentlich hier Licht, oder? Wie kackt hat er? Hä? Hä? Da ist nicht doch eben gepaart, oder? Oder ist das Ei jetzt da drunter? Nicht rausrennen. Sind die da drunter ein Ei? Doch, da ist was. Da ist was. Hä? Wo ist es? Ach, guck, die kannst du aufheben, die Pinguine. Oh, ich mach mir hier so... Nein, nicht abreißen. Äh... Wie setze ich dich jetzt wieder ab? Hallo? Hallo? Ich will das Ei da unten. Äh... Äh... Hä? Ähm... Hallo, ich würde dich gerne... Oh, Alter! Du kannst ihn ja wegschmeißen. Ähm... Brutzeitgesundheit? Es brütet schon. Verdürbten sieben Stunden. Das müsste sogar gehen hier bei den klimatischen Bedingungen. Aber das ist ja gut. Dass du die einfach aufheben kannst. Guck. Das ist geil. Ähm... Ja, anscheinend... Wir machen das mal anders. Das befruchtete Ei packen wir mal. Nicht ins Feuer, sondern ans Feuer. Ich will mal gucken, ob das von der Temperatur funktionieren würde. Die haben sich da hinten auch alle lieb. Alter! Ein Rex-Ei. Aber das ist nicht befruchtet, deswegen kann man es nur essen. Ähm... Ich mach mal... ...die Holz rein. Und ich pack das Ei mal hier in der Nähe. Nicht das Rex-Ei. Ich brauch nämlich das befruchtete Ei. Ich hab's gegessen. Mann! Ich wollt's doch nur ablegen. Jetzt hab ich's gefressen. Ja, tut mir leid, Freunde. Das ist jetzt ein bisschen doof geworden. Ähm... Hm. Ja, müssen wir erst mal warten. Erst mal die mal werfen muss hier. Na gut, ähm... Ja, war an versehen, ne? Gut, ich, ähm... Ich werd noch, denke ich, noch ein paar Pinguine besorgen. Dann machen wir das hier irgendwie später mit den Klimaanlagen auch mal in der Wohlfühltemperatur. Dann machen wir hier unsere Pinguin-Zucht. Der Raum hier nebenan... Ja, da werd ich, glaub ich, die Eier oder so reinschmeißen. Was ist... Ah, warte, warte, warte. Wir können noch in der Theorie... Strukturen... Holz... Ja, dann mach ich hier so eine Tür rein. Und dann mach ich hier so einen Brutraum da aus. Mit Wärme. Ihr sollt nicht immer kacken. Ihr sollt hier Kinder machen und so. Achso, in 23 Stunden kann es erst wieder. Ja, und das... Die normalen Eier hab ich jetzt mit sich gekriegt. Kann ich nicht benutzen. Ihr fragt euch jetzt, warum ich permanent das Polymer sammle. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen lauter sprechen. Das brauch ich hierfür, um mein Zeug wieder zu reparieren. Was brauchen wir dann da? Leder, Fasern. Fasern hab ich hier noch rein damit. Ich glaub, Leder hatte ich auch irgendwo. Und das Polymer schmeiß ich auch gleich da rein. Mann, ist das laut. Weil, wenn ich in eine Höhle gehen möchte, muss ich temperaturmäßig ein bisschen besser gekleidet sein. Dass ich dann nicht immer so schnell verdurst oder so viel Durst an sich habe. Und deswegen sammle ich das Zeug, damit ich meine Rüstung immer wieder herstellen kann. Weil die geht sowas von derbschnell kaputt. Warte. Zeig das mal. Zack. Na. Reparieren. Achso. Erstmal einschalten. Könnt ihr übrigens auch mit der Optionstaste. So. Geil. Haben wir das auch mal hinter uns. Gleich fertig. Wunderbar. Hier meinst du, dass es rausgeht. Das ist nämlich immer arschlaut. Äh, ziehe mich jetzt. Und da da. Da da. Da da. Da da. So, jetzt hab ich erstmal meinen geilen Tarnanzug wieder. Außer die Schuhe. Bei den Schuhen hab ich leider noch nichts. Und dann kann ich jedenfalls, zumindest klimatisiert, besser hier durch die Gegend laufen. Und bei den Pinguinen, da gucken wir mal, wie wir das dann machen. Solange ich nicht wieder das Ei fresse. Denn, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen wieder. Mach's gut. Haust rein. Ciao. Ciao. Das war's für heute.